So Leute und herzlich willkommen zu Dead Space 3. Ja, weiter geht's. Und das war... Äh, ne, und das war... Das ist ja auch ein Satz von mir, ne? Ich mein, es geht los eigentlich in die Reise in den Nexus. Und wer nicht weiß, wer der Nexus ist, das Ding. In das Ding steigen wir. Es freut mich. Es freut mich tierisch. Ich wollte jetzt erstmal gucken nochmal. Inventar. Sieht eigentlich alles aus. Äh, sieht alles eigentlich gut aus. Äh, Superbot. Ich weiß nicht, ist nie eigentlich wieder da. Ich hatte gerade eine kleine Pause gemacht. Wir haben mal kurz was gegessen und so, aber in der Zeit sind sie doch nicht wieder gekommen. Schade eigentlich. Aber gut. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen erstmal den Bauch aufmachen und, ähm, dann in den Nexus steigen. Das ist natürlich auch mit der Waffe. Ah, ist doch schön. Die Waffe hat es doch auch in sich. Kapitel 12. Autopsie. Ach, schon der zwölfte Kapitel? Ist ja nice. Wie viele Kapiteln hat das Ding eigentlich? Na, ist egal. Ja, gut. Aktivieren. Oh, wie cool. Und jetzt, äh, denke ich mal... Ach so, halten. Danke. Und das ist so gut geht, ist auch klar, denn das haben die Leute vor uns ja auch schon getan. Ich glaube, mich jetzt recht zu erinnern, es ging darum... Ja, da geht sie nichts an. Bastard. Was geht mich nichts an? Ich weiß nicht, warum Isaac Bastard gesagt hat, aber das hat einen Grund, ich gebe Ihnen recht, ist mir egal. Ich mag den Ort nicht. Äh, wo war ich denn jetzt? Ah ja, ich kann mich jetzt recht erinnern. Ich glaube, irgendeine Frequenz strahlt, das fieh ich aus, das mit den kleineren Nekromorpha kommunizieren kann. Und ich glaube, die Frequenz war auch noch was. Oh, wie? Oh ja, die Malti, was für ein Pist, das ist viel. Wie groß. Ich glaube, das würde nicht gut gehen. Ich sehe es jetzt schon. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Knoten, kannst du uns helfen? Wow, das soll von Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie es sagen, gehen Sie in den Käfig. Boah, kann er nicht Kawa machen. Ich mag den Typ nicht, auch wenn er nur den Käfig bedient. Ach, wie ich... Ich kann mir richtig vorstellen. Der Typ kann uns doch so leiden, der wird uns doch je verrotten lassen. Ah, toll. Okay, aber gut, wir wollen nicht so sein. Ich meine, irgendwie versuchen wir uns jetzt mit Norden zu verstehen. Herr Gott. Ja. Tschö. Ja, toll, jetzt ist der Sucher-Bot da. Also, Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Fensor-Aufsatz der Waffe nach einem Nerven-Match. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Genau. Wie ich das jetzt verstanden habe. Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Piepen. Klingt gar nicht so schwer. Ja, das wollte ich eigentlich erklären. Hat sich jetzt erledigt. Es piept auch. Und ich glaube, wir müssen dieses Piepen voll. Das ist ja richtig ekelig. Jetzt ja auch wieder auch alles aufgewärmt. Oh, was für ein Geräusch war. Ah, hier piepst und es leuchtet auch auf. Hey. Ja, hm. Hä? Was? Aha. Das ist ekelig. Und dann auch solche schießen. Aha. Santos, es bewegt sich. Keine Sorge, es ist praktisch tot. Praktisch. Sind Sie da sicher? Praktisch tot. Aber ich glaube, ich höre irgendwelche Viecher, ne? Ja. Och, was ist denn das denn noch? Was sind denn ganz andere Viecher? Oh. Oh, ich glaube, das sind diese stärkere Version von... Oh, ich will mich jetzt mal Flammenwerfer. Oh, lass mich los. Ah, verdammt. Ah, nee. Lass mich los. Verdammt. Oh, ich glaube, das sind die stärkeren auf jeden Fall. Ja, ist ja gut, Mensch. Das sind definitiv die stärkere Version. Denn ich glaube auch aus dem ersten Teil, wenn die Nekomoffer dunkler sind, halten sie mehr aus. Kommst du denn jetzt hinter mir auch noch? Verdammt. Ah, lass mich in Ruhe. Boah, ich dachte, alles ist hier tot, ey. Boah, geht zu auch noch hier. Isaacs, alles in Ordnung? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückbeholen. Okay. Ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Okay. Äh, wir müssen also das mehrmals machen. Wenn ich so sehe, da sind doch früher Menschen gewesen und hier drinnen, anscheinend hat das Viech mal die Leute hier gefressen, die sind so mutiert. Aber anscheinend ein Mechanismus, der ist doch lieber ein paar Medipacks mehr einpacken sollen. Ja, toll. Ja, gut. Jetzt nehmen wir mal wieder unsere Waffe. Wer hat durchgeladen? Dann laden wir noch das hier durch. Ah, noch Medipack. Halbretal. Ja, hier ist noch eins von diesen, äh, Glibberdinger. Das ist doch herrlich. Gibt's nicht. Also, ich hab's jetzt gemerkt. Es muss wie bekloppt piepen. Wie jetzt? Hier ist noch eins. Okay. Ich stell mal ne Theorie auf. Wenn ich da drauf ballere, kann ich auch bestimmt da hinten ballern. Und wenn das klappt, laufe ich außen und bis zum Käfig. Probier ich mal jetzt. Also. Wir fangen jetzt mal an. Lauf! Nicht schon wieder, du scheiße. Okay. Kommt und holt mich. Okay, nichts. Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker. Also. Noch eine. Noch eine. Okay. Ja, also doch. Die Viecher sind vorhin nicht aufgetaucht, weil ich zurückgelaufen bin. Ich versuch's mal jetzt nach vorne. Moment. Moment. Lär mich so auf. Geradewegs ballern kann. Und dann abhauen. Und abhauen. Was ist jetzt los? Verdammt. Scheiß Vision schon wieder. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Centers, nicht jetzt. Da kommen sie. Die kommen sogar in den Käfig. Ich wollte sie starsieren. Da. Ja, natürlich. Hör mal. Aus nichts an mir. Natürlich. Aus nichts an mir eine Flamme. Und die geht an ihm vorbei. Wie ist denn das denn jetzt schon wieder so doll ist? Lass mich los hier. Geh mir nicht am Keks. Äh, natürlich. Kann jetzt auch nur mir passieren. Geh mir nicht am Keks hier. Hey, der Witz da hier flambiert. Brennt. Ah, ist klar. Ist nichts an mir? Hier, ich werde bekloppt. Reicht? Ja, ist. Ja, das reicht nicht. Okay. Okay, dann noch ein bisschen. Okay, das war hoffentlich die letzte. Centers, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu richten. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Uh. Das war nicht anstrengend. Meine Fresse. Bleibt, wenn Sie jetzt sind, Thornton. Thornton! Centers, haben wir die Position der Maschine? Ja. Es sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabung. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten fette Ausrüstungen gesehen. Centers und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Thornton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja. Ich lebe dich. Das weißt du doch, oder? Was? Ja. Klar. Isaac, wir treffen uns an der Feldwand. Alles klar. Ich glaube, Ellie liebt dich nicht so, ne? Sonst hätte sie nicht so reagiert. Und mir gefällt nicht, als ich sagte, er kümmert sich um uns. Nein. Morten, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben? Dann ist das Ihre Chance. Achso, fort übernehme ich die Mission wieder. Hey. Wo wollen Sie hin? Ellie retten. Nord. 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 Ellie, hörst du mich? Verdammt. Da hat mein Signal gestört. Was. Ein. Arsch. Anders kann man es nicht ausdrücken. Dieser Norton. Ich wusste, es ist eine linke Batzerei, wenn ich den erwische. Aber gut, ich kann mir denken, das leuchtet nicht umsonst so blau. Ihr könnt es selber öffnen. Halt ist das nicht? Hallo? Ja. Achso. Achso. Ich muss gedrückt halten. Ich muss den erwischen. Der ist fällig. Der Sack. Aber jetzt im Ernst, was ist wichtiger? Liebe oder die Mission? Liebe oder die Mission? Ich meine, mein Gott. Wenn wir alle hier drauf gehen, dann gibt es auch keine Liebe mehr. Ich sag nicht umsonst. Ich kann den Nord nicht leiden. Jetzt haben wir den Beweis. Boah, nee. Wenn wir den erwischen. Aber erstmal Werkbank. Unsere Plasma Cutter mitnehmen. Plasma Cutter vorbereiten. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich glaub, Ellie wird nicht so ganz begeistert, wenn die das erfährt. Naja. Wenn sie uns das überhaupt glaubt. Weil bei solchen Schosen kennt man das ja. Ja gut. Was haben wir jetzt hier? Schaden. Haben wir nicht irgendwas zusammen mit Schaden? Mit Feuerrate. Das ist gut. Ich hab' ich was zusammen mit Klipp. Nachladen plus Klipp und Schaden plus Klipp. Ich glaub, das verwende ich, äh, verwende ich eher hier unten. Schaden mit Klipp. Ja, das ist es. Mal unten wieder was. Ich glaub, das ist nur Feuerrate. Was ist mit Feuerrate irgendwie? Also, es gibt ja aber Schadensminuspunkte. Das ist zu verspielen hier aber nicht. Es gibt nur Minuspunkte. Was ist das denn für ein Käse? Moment. Feuerrate. Er gibt nur. Okay. Schaden. Es, ähm... Finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich. Nennen wir mal hier mit Klipp. Da war doch was mit Klipp. So. Verbessert für die andere Seite. Ist auch okay. Da sag' ich nichts. Äh, nee. Ja, verbessert wenigstens den oberen Teil. Ja, lassen wir mal so. Kea, kea, kea. So. Wo lang? Da lang. Einverstanden. Hehehe. Wie kann man so sein jetzt mal? Im Ernst? Das verstehe ich nicht. Boah. Ellie, was hast du dir da für einen Vogel ausgesucht? Ich glaubte, er ist nicht nur so wegen Isaac. Nee, nee, nee. Naja. Ich hoffe, Ellie merkt das früher noch. Ich hab mir gedacht, dass es da lang geht. Hahaha. Weil es das letzte Mal ja natürlich nicht hier lang ging. Ist egal. Ist egal. So. Fortschritt wird gespeichert. Nehmen wir erstmal hier alles mit. So viele Kisten hier. Äh. Äh. Ähm. Hä? Achso. Okay. Clip. Clip. Nee, doch nicht Clip. Ich hab jetzt gedacht Clip. Steht in der Werkbank? Aha. Aber mit Werkbänken war man nicht Spaß. Da war es nicht gut. Vielleicht fällt mal ein, irgendwas unterwegs auf. Unterwegs fällt niemandem was ein. Dann kann man schnell hier was machen. Warum nicht? Ist eigentlich eine feine Sache. Ja, eigentlich ist das eine feine Sache. Ja, finde ich gut. Wat mut dat mut. Na guck mal. Aua. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Da ist der Iser. Der Marker-Killer-Iser Clark. Und hier sind wir. Auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind wir uns also durch den Shock-Space gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Eisekörper. Wir anderen können gehen. Sie fehlgeleitete Wasser. Hey. Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte EarthGovs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 Sie versprachen mir ein Schiff, Dänik. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von Ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Hat sie das hergebracht? Hier. Oh yeah, Action! Das ist natürlich jetzt geil. Das sind drei von denen, hinter dem Fels! Ja, ja, Leute. Aber, diesen Part erspare ich uns für die nächste Folge, Leute. Also bleibt dran. Und wir werden sehen, vielleicht erleben wir Dänik oder Norton. Ich hoffe, einer von beiden kriegt einen am Sack. Beziehungsweise für mich persönlich, ich hoffe, dass echt Norton mal einen am Sack kriegt. Aber egal, das ist eine Sache für die nächste Folge. Also, dranbleiben! Bis zum nächsten Mal.